So, jetzt sind wir wenigstens im Turm. Alles... Wow. Lass sie frei, Riddler. Sie sind unschuldig. Sei nicht albern, Dark Knight. Sie würden jetzt nicht in diesem Schlamassel stecken, wenn sie auf nur ein einziges Mal etwas vorausschauender gehandelt hätten. Oder? Also, wenn du den Raum vor dir löst und vier weitere Herausforderungen bestehst, kannst du sie retten. Wenn nicht, werden sie sterben. Dann wird sich zeigen, ob ihnen überhaupt jemand nachtrauert. Boah, dieser Riddler, ey. Du bist wahnsinnig. Nein, das würde ja bedeuten, dass ich irgendeine Geisteskrankheit habe. Mir geht es bestens. Oh, und ja, ich kann dich sehen, Batman. Und ich freue mich bereits auf dein Scheitern. Tja. Riddler, du kannst nicht mal. Scheiß auf die Rätsel. Okay, und hör zu. Ja, was ist hier mit der Gewalt, Batman? Du bist doch so ein Gewaltfreak. Ah, okay, alles klar. Jetzt? Natürlich. Ach, du liebe Zeit. Was ist denn das für eine Scheiße? Oh, jo. Unter Hochspannung gesetzt auf, ist die Bewegung zum Fehmach. Ja, Chili, muss erst mal gucken, wo ich hin kann. Ich werde ja... Ich kann nicht so weit werfen? Scheinbar. Okay. Jetzt den. Ja, ist ja gut. Äh. Äh. Äh, okay. Ich trau mich jetzt nicht. Was muss ich machen? Das ist jetzt hier mit Zeit... Das ist der Auf... Nee, dann geht wirklich alles zurück. Okay, nochmal. So, damit gehen die Ersten aus. Warum liegt eine Socke in der Küche? Was denn? Warum liegen Socke in der Küche? Da ist noch einer. Okay, ich muss erst mal alle rausfinden und dann reden wir weiter. Jaja, ganz ruhig. Ich muss jetzt erst mal alle finden. Sind das dann auch alle? Drei sehe ich. Okay. Einmal. Zweimal. Jetzt muss ich ein paar Meter nach vorne. Dreimal. Jetzt kann ich... Okay, jetzt kann ich bis da hinten hinlaufen. Schon mal. Ja, ist ja gut. Ich versuche doch gerade rauszufinden und dann auf die Platte... Aber eins fehlt, glaube ich, noch. Nee, ich riskiere das jetzt mal nicht. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dreimal. Ich bin dabei. Ganz ruhig, Kollege. Du siehst doch, dass ich laufe. So. Es gibt aber bestimmt noch irgendeines, was ich aktivieren muss, weil ich sie bisher noch nicht gesehen habe. Weil ansonsten... Ist vor mir komme ich hier nicht weiter. Mach mich von dem Ding los. Doch, komme ich schon. Alles klar. Jetzt habe ich es auch gesehen. Eigentlich finde ich die Riddler-Rätsel schon geil, muss ich sagen. Eigentlich sind die schon geil. So, direkt zum Aufzug. Schnell. Hier drüben. Hier drüben. Okay. Wir sind immerhin schon mal oben. Fährt er automatisch wieder hoch? Oder muss ich dafür auch die Dinger aktivieren? Scheinbar. Okay, ja. Das Erste musste ich für den benutzen. Und uns einfach rübergleiten, nehme ich mal an. Yes! Alles klar. Den Nächsten gerettet. Passt doch. Ach, guck mal. Jetzt kommen hier wieder die nächsten Daten. So, darf ich wieder? Ich hoffe, das stand da. Ich habe es mir nicht... Oh, scheiße. Diesmal habe ich es mir nicht... Ach doch, okay. Wollte ich schon sagen. Bitte lasst mich das nicht merken, weil das ist schon ein bisschen heavy. Alles klar. So. Du kannst nicht mal, Riddler. Aber die Serie an Nebenmissionen mit dem Riddler ist eigentlich recht geil. Also, die hat schon was. So. Stufenanstieg. Guck mal an. Kugelsichere Panzerung 100%. Ich will sie haben. Ich will die 100%ige Panzerung. So, wo wäre jetzt der nächste Scheiß vom Riddler? Ach, guck mal, was sich jetzt hier alles getan hat. Wie viele Riddler-Trophäen jetzt hier auf einmal für mich einfach frei zugänglich sind scheinbar. Aber die nächste Riddler-Mission an sich... Sieht man jetzt nicht. Okay. Wenn ich jetzt das zum Beispiel Marker... Nur mal so. Ich will das nur nochmal testen. Wir gehen gleich zum Hauptziel. Ich will nur mal kurz gucken quasi. So, so. Die Pflanzentante. Wenn du da also heiß. Joker stehen mehr Männer zur Verfügung als uns. Wir müssen schlau vorgehen. Scheint mir nicht sehr schlau zu sein. Hier wäre das dann nämlich wahrscheinlich. Und was ist mit Catwoman? Wir warten. Ernsthaft? Wir warten. Sie taften Männer aus der Falle und wir machen sie problemlos kalt. Das wird klasse. Einfach jetzt hier nur das Ding aktivieren? Das war einfach. Okay. Das war einfach. Die konnte ich relativ leicht sammeln. War aber gar nicht die, die ich markiert hatte. Ironischerweise. War? Ah. Für jede Geisel eine bestimmte Anzahl an Rätsel gelöst haben. Quasi jetzt die Riddler-Trophäen sammeln. Und wenn ich genug davon wieder gesammelt habe, dann kommt die nächste Geisel. Habe ich das richtig verstanden? Wer tritt an Jokas Stelle? Nicht Harley. Die überlebt keinen Tag. Die? Harvey? Sind die besoffen? So. Moment. Angeblich hinter uns. Also hier irgendwo. Ich glaube da unten habe ich schon gesehen. Ist das richtig? Ja. So. Die Frage ist natürlich jetzt auch wieder, wie kommen wir an die ran? Weil hier ist ja... Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich das ausschalte. Da ich jetzt aber hier keine Verbindung sehe. Vielleicht gibt es für sowas ja dann zum Beispiel nachher noch ein Gadget. Dann ist es für uns jetzt wichtig, zum Hauptmissions zurückzukehren. Denn jetzt möchte ich mich wirklich wieder mit der Haupt... Ach, die Harley. Alles geil. Wollte ich schon sagen. Die Harvey? Ich habe es so offen. Harvey! So. Die Harley. Als ob. Ja, siehst du? Ich sage jetzt, mir fehlt ein Gadget. Alles, wo ich nicht sofort checke, was man dazu tun muss, dann ist meistens fehlt dir ein Gadget. So, wir sind jetzt also auf dem Weg zum Museum. Mit dem Freeze-Schuss. Ja, irgendwie sowas habe ich schon gedacht. So, das ist die Bank. So, das ist wirklich nett, dass die ganze Zeit irgendjemand labert. Das ist jetzt für Leute wie mich jetzt vielleicht nicht so praktisch, aber so allgemein ist es ja ganz nett, wenn dann doch immer irgendwie jemand labert, weil viel Musik ist ja zum Beispiel nicht... Ähm, von dem her ist das schon ganz gut. Hier ist das Museum. Ich sehe hier auch schon wieder Leute. Die sind hoffentlich alle unbewaffnet. Ja, sind sie. Hallo, so blöd bin ich gar nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen frech. Nein, das ist nicht okay. Oh, oh. Oh Gott sei Dank hat er daneben geschlagen. Hahaha, was ein Lappen. So. Ja, hier mit seinem komischen Baseball-Schläger macht mir natürlich keine Angst. Alle drei Insta-Core geschlagen. Also, halbbewusstlos geschlagen. Oh, starker Move. So, jetzt noch den Kollegen hier. Darf ich endlich mal wieder alle hauen. Ohne, dass hier jemand verhört werden muss. So. Hier ist aber nicht der Eingang, wa? Aber ich bin schon mal richtig. Das ist ja schon mal etwas oben. Oder irgendwo scheint auch eins von diesen Dingern zu sein, die ich für Bane sammeln muss, ne? Ist das vielleicht sogar tatsächlich hier? Könnte das sein? Lass mich mal suchen, ob das vielleicht auf irgendeinem Dach ist oder ob es im Inneren ist. Das kann ich nämlich nicht rausfinden, oder? Also, Titanbehälter im Museum. Also, wenn es im Museum ist, dann kann es nicht auf dem Museum sein. Ich hoffe, dass die, von der Beschreibung her, das aber auch genauso raffen, wie das logisch ist. Live-Nudes. Aha. Ja, Live-Nudes, da fliegen wir natürlich erstmal hin. Ich muss jetzt erstmal herausfinden, wie ich hier reinkomme. Ich will eigentlich gar nicht hier direkt... Ich will schon runter. Das ist schon richtig. So. Vielleicht muss ich mit jemandem telefonieren. Natürlich nicht. So. Das hier scheint der Eingang zu sein. Ach, hier ist er. Da kann ich hier daraus machen. Was können wir denn da... Warte mal. Muss ich da vielleicht wieder diese Stromladung machen? Nope. Aber irgendwas müssen wir damit machen. Diesel von Waintisch, Entwickles, Sicherheitskonsolen, werden in ganz kurzem zum Schluss, sagen wir mal... Ja, aber die müssen wir doch hacken können, oder nicht? Sollte es nicht machbar sein, dass wir das einfach hacken, oder so? Wie sollen wir denn sonst da reinkommen? Mann, ist unsere Rüstung... Oder unser Panzer, oder was auch immer... Zerstört. Der Krypto... Kryptosequenzer, den muss ich nutzen. Achso. Ah, okay. Mit dem Sequencer hackt, Mann. Ich muss alles wieder rausfinden, sorry. Äh, Leute, ne? Äh... Jetzt haben wir, Mann. Alles klar. Mensch, ist das Chain Wrestling hier, oder was? Ekelhaft. Tür öffnen. Jetzt sind wir richtig. Ab ins Museum. So. Ist der Pinguin wirklich da? Das ist Pinguin-Gebiet, du Mist geworden. Dafür, dass du hier eingedrungen bist, werde ich dich in Stücke schneiden. Ja, okay. Und irgend so ein billiger Machetentyp. Weg, weghalten. Ach, halten. Zum Klingenducken. Uah, okay. Scheiße, das klappt noch nicht so gut. Ah, ich muss es dann... Ne, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Mein Do... Mein Daumen, mein Daumen, mein Daumen. Ist schon... Ja, passt, passt, passt. So, und folgt... Na, 3. Willkommen im Cypress Pinkney Institut für Naturkunde. Alle Besucher müssen sich durchsuchen lassen. Dies ist Teil der Anstrengung zum Schutz unserer einzigartigen Sammlung. Na klar. Wir legen allen Besuchern einen Abstecher ins Wasser-Observatorium nahe, wo wir unsere neueste Attraktion Gefahren aus der Tiefe zeigen. Alle Besucher mit regulären oder ermäßigten Eintrittskarten bekommen in der nahegelegenen Eisberg-Lounge ganz besondere Angebote. So, ja, dann scann mich. Ich würde gerne mal weitermachen. Junge Dame. Äh... Was ist das hier? Achso. Ah, ich darf hier nicht rein. Das heißt, ich muss einen alternativen Weg finden. Wir können doch durch Glas springen. Na, siehste mal. Was ist da? Der Pinguin! Sachen gibt's. Und dann einfach hier wieder durchs Fenster, oder was? Nee, das ist ja Quatsch. Obwohl, vielleicht ist das doch gar kein so'n Quatsch. Oder wir können hier... Hä? Moment mal. Wir können doch hacken. Hacken! Ich glaube, ich möchte dich, dass du es in mein Zuhause einbrichst. Kommunikations-Geräte mit Bäckern. Irgendetwas stört meine Kommunikation mit der Bethöhle. Pinguin muss irgendwelche Funkstörsysteme vom Militär einsetzen. Die bekomme ich nur deaktiviert, indem ich sie zerstöre. Okay, dann sag mir mal, wo die sind, weil ansonsten sieht's ja blöd aus. Oh, die muss ich jetzt suchen? Ach du liebe Zeit. Aber die werd... Warte mal, vielleicht auf der anderen Seite. Da ist ja auch noch Glas. In den Sicherheitsmaßnahmen komme ich nicht vorbei. Ich sollte wieder rausgehen und nach Pinguinen stören. Ah, das kann ich aber zerstören. Warte. Das... Nee, nicht Bad Cloth. Ich brauch das Gel. Boah, ich muss mir erst mal alles auswendig lernen, welche Funktion ist, ey. So, vielleicht hier. Hat der Penguin hier irgendwas versteckt? Nee, aber der Riddler. Ja, ach Junge. Okay, ähm. Ach guck mal, das kann ich dafür auch nutzen. Aber das schaffe ich nicht schnell genug, ne? Das geht nicht. Vielleicht eine andere Reihenfolge probieren? Kann die, kann die Bad, der Batarang... ...dass nicht irgendwie alle drei auf einmal treffen? Keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall gar nicht das, was ich suche. Ah, okay, wir können das also doch sehr schnell machen. Einfach nur antippen, die Taste. So, ja, Störgerät ist ja schön und gut. Das müssen wir allerdings erst mal irgendwo finden. Mhm. Vielen Dank.